Hallo, willkommen bei Philipp PCMPs. Heute einfach mal eine Testaufnahme nach den ganzen videolosen Monaten, Wochen. Mit dem FMster. Moin. Ja, wir wollen jetzt ein... Ich hab hier meinen anderen Charakter, den Justy142 und ich den 143, wie für das Let's Play. Und wir wollen jetzt einfach mal hier so ein bisschen die großen Viecher aufmischen. Wie man sieht, ich bin 55 und mit meinem Klingentänzer unterwegs und FMster 37 mit seinem 31er Dieb. Ey, mein Klingentänzer ist auch 31. Tja, ich bin ja nur 37 insgesamt, also daher ist das ja akzeptabel, also... Naja, weißt du. So. Let's machen Platt. So, dann hauen wir mal raus. Schlitzen, Schlitzen. Ach, der kann ja den Scheiß-Skill mit dem... In ein Schwein verwandeln. Mhm, das mein ich. Das Gute ist, wenn er auf mich ist, dann solltest du nachher weiter raufhauen. Oh, so ein Mist. Durch diese zweihändige Waffe kann ich den... Einen Spezialangriff nicht machen, der so schön viel Schaden macht. Ich weiß, das ist immer total doof. So. Und tot. Und... Bitte, komm. Einmal irgendwas Gutes. Oh, schade. Schon wieder keine Trophäe. So, dann suchen wir jetzt mal die anderen Channels ab. Ich geh flört. Dann geh ich mal Platz. Okay. Oh, immer dieses 10 Sekunden warten. Und we wait. Ich könnte natürlich auch den Dieb nehmen. Obwohl... Warte, was war das andere? Stich, Blitz und... Schnitt. Ja. Ist er denn hier? Zeige mal. Gehe ich mal gegen den Strich. Du rauscht ab und zu mal. Nur so. Als Anmerkung. Weiß nicht. Was das ist normalerweise? Warte mal. Einmal könnte ich noch versuchen. Jetzt müsste wieder ein bisschen... So. Ich hätte auch noch eine Axt dabei. Also Dieb könnte ich auch noch. Also auf Flirt ist er definitiv... Macht eine Axt Schlag oder Schnitt eigentlich? Schnitt. Äh, wo bist du drauf? Marktplatz? Marktplatz. Dann bin ich jetzt PvP. Ich reite gerade in den Runden, aber er scheint wirklich nicht da zu sein. Mist. So, der ist noch... Sehr einfach gewesen, muss ich sagen. Könnte ich gerade... Verwichtungskarte hier. Naja, ist er jetzt auch zu zweit. Wobei ich alleine kriege ihn auch hin. Nur das Problem ist immer sein komischer Skill mit... Du bist jetzt PvP? Ja, hier ist er. Oh, mit ihm? Oh, mit ihm wechseln. Kanaden. Stopp. Nein. Überwiegend. Bestätig. So. Zehn Sekunden. Aber ich werde kurz wechseln, denn ich werde jetzt die Dieb spielen. Die Dieb? Weil der ein bisschen stärker ist und ein bisschen mehr Schaden macht, so. Das stimmt. Glaube ich jedenfalls. Das kann ich bestätigen. Wo ist er denn? Da unten. Ich mache jetzt so viel Schaden. Hau ich mir jetzt das Schwert auf die Hand und... Das fette Schwert, ey. So ein dickes Papierbeschwert. So ein zweihändiges Weiß. Und... Oh, nee. Wie das aussieht. So, schnell mein Feuerjuwel wieder rein. Da, ich habe ihn anvisiert. Warte, ich komme hinterher. Ich buffe mich. Hau raus. Erstmal fünfmal Schallwälder. Ja, das habe ich auch gerade gemacht. Das musst du aber nicht machen, weil meiner Stärke ist. Weil meiner macht jetzt schon 600 pro Sekunde. Bei ihm. Greif, hat er mich gerade angegriffen? Nur jetzt hat er mich wieder im Visier. Ich hatte nicht ein bisschen Leben verloren. Das hat mich ein bisschen irritiert gerade. Oh, nein. Schon wieder der. Ich kann nicht angreifen. Bin ich jetzt ein Schwein? Ich arme Sau. Ha, ha. Oh, war der lustig. Dann hau mal rauf, FM-Ser. Ja, greif, Philipp, weiter an. Oh, nein. Der hat mich. Oh, jetzt bin ich auch ein Schwein. Oink, oink. Warte. Nicht, dass du jetzt stirbst, Herr FM-Ser. Ich hoppel rückwärts. Ganz schnell. Guck. So. Und er ist tot. Von mir aus kannst du immer alles haben, weil für mich hat das Zeug keinen Wert mehr. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss immer ganz schnell zum Händler gleich immer. Mal schauen, wie man die so rumliegt. Ja, nur eine Stoffrüstung, Stoffrüstung. Achso, das ist meine eigene Händler. Ja, gut, ich bin ganz klar. Ich? Warst du schon auf Gruppen? Ähm. Ne, ich glaube nicht. Das über PvP, alles war ich noch nicht. Dann geh ich Gruppen. Ja, weil ich gehe ganz schnell hier verschacheln und dann auf Marktplatz. Oh man, der olle Händler. Ist doch wiesel, ne? Zack, zack, zack. Und er rauscht und knirscht und sonst was. Der Herr Mavik? Ja, tut mir leid. Kann ich auch nichts für mich. Muss ich mir nochmal so ein Mikro einstellen. Machen lassen. Warte, warte, warte. Kanal. Dann gehe ich auf neue Helden. Hättest du auf Gruppen wetten? Ne, glaube ich nicht. Ja, und wenn nicht, gehen wir mal weiter zum Mann. Aber da muss definitiv einer Heiler machen. Nicht Heiler. Ich müsste den Heilsbücher schon fast gerade oben haben. Das ist schon auf 37. Obwohl. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Stop of death. Das sind wir einfach. So. Auf mein Pony, Alpaka. Auf dein Pony, Alpaka. Also Gruppen ist er wohl nicht. Bist du neue Helden? Ja. Sag mir mal, wenn er da ist. Ich gehe schon mal zu der Mandra. Hier ist gerade ein guter lang gelaufen. Ein 60er. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der so noch da ist. Weiß ich auch nicht. Aber vorne ist auch einer lang gelaufen. Und trotzdem war er jetzt gerade noch zweimal. Sieht schlecht aus. Ist nicht. Okay, dann suche ich schon mal die Mandra. Mein Alpaka-Stelle. Zwei Wochen keine Videos mehr. Ja. Nee, ich glaube schon drei Wochen. Fast einen Monat. Boah, Tatsache. Mal wieder richtig. Bald werden wir auch wieder richtig Eden-Let's-Play aufnehmen. Hm. Wanderer auf Gruppen. Ja, ich komme. Ist auch neue Helden auch. Mal gucken. Ich muss mal kurz was gucken. Oh, ich kriege schon wieder kalte Pfoten. Nee, das ist immer so eklig. Kann zocken. Ich warte hier. Ich komme. Ich wechsel gerade. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Lade, lade. Jetzt hat man einen Raffir. Schnitt. Blitz und Feuer. Das Problem ist, er hat einen Skill, womit er sich gegen magischen Angriff immun macht. Das heißt, ich gehe mit Schnitt ran. Okay, dann wechsle ich mal einmal auf. Auf, 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 wechseln. Also, er kommt da gleich lang. Ja, einen Augenblick. Ganz kurz. Du rauscht wie sonst was. Oh, Mann. Kann ich nicht für, wie gesagt. Was droppt die Sau nochmal? Was hat es eigentlich für Schattenwiderstand? Er hält maximal Lebenspunkt um 70%. Der ist doof, der Skill. Oder der Baff. Und, und, und. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hinter dir. Da rennst du. Es läuft gerade in andere Richtung. Oh, ja, ja. So. Aha, ein Priester, bist du bereit? Jo. Warte. Vier war das, ne? Vier ist der. Ja, vier ist der. Bla, bla, bla und der andere ist, ja. Schneller, 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 schneller. Äh, du stirbst gerade selber. Ich weiß, hab ich gerade gesehen. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Boah, ich bin verwirrt. Vor allem, ich hab den Skill nicht abgekriegt. Heal die Justi. Boah, das Vieh ist ja schon so gut platt. Wollen wir gar nicht mehr wirklich was tun. Naja, doch. Das braucht noch ein bisschen, bis das Vieh richtig platt ist. Und elf, ach, und vierzeh nicht. Oh, ich hab kein... Ne, warum macht er jetzt gerade keine Skills mehr? Ah, er hat Reflektor. Ah, nicht angreifen. In der Welt. Ich wurde nämlich gerade auch immer zack, zack, das Leben ging so schnell runter bei dir. Ja, das ist immer der blöde Reflektor. Ah, schon wieder. Nein. Heil mich? Geil. Komm jetzt. Komm. Trank einwerfen? Auf zu schlafen. Okay, der ist doch nicht so hoch, der Skill. Das war bei dem anderen. Ah, ja, ja. Dann hab ich den hochgeschaufelt. Oh, der FMS ist am Abkratzen. Solange der Philipp-Master hier nicht am Abkratzen ist. Warte, jetzt hat er nur Immunität gegen magische Angriffe. Ja, das ist fiesgleich so gut wie der Hund. Guck dir das mal an. Das ist immer noch eine Knolle. Eden leckt gerade ein bisschen bei mir. Ja, die Frames gehen übelst zurück manchmal. Hab ich zwischen mich eben auch kurz zu mir geleckt hat. Ich weiß nicht, wo sie sich da rumgeglitscht hat, wo wir die alle woanders gesehen haben, die Mandragora. Das war gut. Ja, das war geil. Oh, Fähigkeit kann nicht benutzt werden. Wo ist die Mandragora? Sie steht genau vor mir. Nein, die ist genau vor mir. Nein, die läuft da hinten rum. Hä? Hast du die bei dir gekriegt? Ja, die hast du alles... Alles hast du gekriegt, was? Äh, ich weiß nicht, ob ich's dir tauschen kann, sonst würde ich dir alles rübergeben. Ja, geh. Du steht ihn. Was gab's da noch? Das war's eigentlich. Alles, alles, was ich gekriegt hab. Ja, das war alles, was ich gekriegt hab. Ja. Wollen wir jetzt schon ins nächste Gebiet oder wollen wir die nochmal machen? Ich würd für nochmal. Ich würd für nochmal. Dann suchen wir sie nochmal. Hast du sie sonst noch irgendeinen Kanal? Äh, ich geh immer auf Rollenspiel. Dann geh ich auf PvP. Okay. Und fürs nächste Gebiet, also... Das war jetzt doch. Für Gosgebirge holen wir uns noch einen ran. Ich hab nämlich noch einen, der auch mal ins Video wollte. Ja, können wir gehen. Keine schlechte Idee. Philips' lustige Treibjahr. Ja, das ist Philips. Jetzt noch auf PvP. Ja, das... Gerne. Das kommt wohl noch nicht. Ich hoffe nicht. Aber ich hoffe, das Mikro hört sich in der Aufnahme gut an. Das hoffe ich auch. Das meinet mich, wo sich auch gut anhört. Nicht die ganzen, was du mir da schon beschrieben hast. Die ganzen Geräusche zwischen Null. Wunder mich, sonst hast du ja noch nicht Zicken gemacht, aber jetzt. Hm. Reite schnelle. Der komische Papst tut auf den Kopf. Hab sie. Welcher Channel? Rollenspiel. Äh, okay. Ich bin... Direkt in ihr. Oh mein Gott. Gleich frisst sie mich. Hä? Sie rennt durch den Baum? Also Rollenspiel jetzt? Ja. Was macht die da? Hä? Die klettert die Wand hoch! Die klettert die Wand hoch! Ja, das ist der typische Boss-Glitch. Hä? Da hin! Wo ist sie jetzt? Da! Ich seh sie! Hö, jetzt steht sie wieder vor mir! Die sehen... Geil! Alter, das hättest du mal sehen müssen. Die können wir weiter hoch. Ja, ich dachte schon, jetzt ist schon eine Stunde die da. Scheiße. So. Geht sie jetzt direkt durch die Bäume durch? Nee, hier ist sie nicht. So, wo? Ach, die ist jetzt da oben. Okay, ich komme. Ich bin nämlich genau hinter ihr jetzt. Ich überlege, könnte ich noch irgendeinen Trank einwerfen, aber ich glaube, das wäre sinnlos. Ach da! Hä? Wo läuft die denn, Lung? Äh... Ja, das Sägen! Die geht total komische Wege, irgendwie. So, wir haben hier Glitchy, Mantra, Gora. So, ich hau da dann mal. Mantra, Mac, Glitch. Hö, jetzt haut sie ab! So, hier ist die 1, 4, 2 ausgewählt. Warte mal ganz kurz. Zu spät. Die Wahrheit. Irgendwas anderes noch. Und... Glitchy, die Glitch. Was hat sie denn? Genauigkeit ausweichen plus und... Okay, warte. Eiswiderstand und genau ich und genau ich... Guck mal, die geht viel langsamer runter. Ne, viel schneller. Deswegen, das wundert mich gerade auf einmal, sie schon down ist. Weil die andere hatte irgendwelchen Widerstand, beziehungsweise ich glaube... Ne, die hatte plus 70% Leben. Aha, nicht angreifen, nicht angreifen. Ah, sie, sie attackiert rhythmisch. Ich hab gefragt, also leider kann niemand helfen. Also, beim nächsten... Ah, nicht angreifen, nicht angreifen. Trank. Oh, jetzt... Das kann doch nicht wahr sein. Gerade wollte ich heilen. Gut. 0,1 Sekunden. Und... Oh, Mann. Na, ich kann sowieso meine ganzen Tränke mal verbrauchen, weil ich die alle nicht brauche. Die ganzen Heiltränke. Ich brauche mehr Mana-Tränke. Nö, ich brauche keine Heiltränke. Nö, ich brauche auch mehr Mana-Tränke. Ich habe jetzt ungefähr über 312... Komischerweise brauche ich das nur mit dem Baden. Mit dem Baden brauche ich nur Mana-Tränke, wie gesagt. Keine Heiltränke, überhaupt nicht. Ja, das ist das Schlimme. Das ist die ganzen Notfall. Meine Sachen, alles meine Sachen. Ding, ding. Äh... Hast du noch was bekommen? Du hast alles bekommen. Ich habe nur eine hässliche Schärfe bekommen. Na los. Kannst du mich mal zum Gruppenanführer machen? So, bist du... Bist du jetzt. Okay, danke. Wo steht die? realization? War違. Ich habe auch keine WTF?